Emilia, herzlichen Glückwunsch zur goldenen Kamera. Wie groß war die Überraschung wirklich heute? Ja, groß. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen verwirrt mit diesem Hasen, von dem ich noch nie was verstanden habe. Und mit der Lift, die vor mir dran für Emilia gehalten wurde. Ich war ein bisschen verwirrt. Ja, genau. Aber ich habe mich gefreut. Aber ich finde es echt krass, mich auf so eine Bühne zu stellen vor so viele Menschen, weil dann ist der Kopf automatisch relativ leer. Ja, aber ich freue mich sehr. Max von der Gröben hat Ihnen den Preis überreicht. Haben Sie letztes Jahr eingeschaltet und zugesehen, wie der Max sich geschlagen hat? Ja, ich habe es gesehen, ja. Ich war nicht dabei, ich war nicht live dabei, aber ich habe es gehört. Danke Mama, Papa hat er gesagt. Das ist mir nicht eingefallen.